Hallöchen Freunde und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Dirj mit Dirj! Hallo Dirj! Hallo Dirj! Hey zehnte Aufnahme oder so! Ja alles funktioniert! Ja kurioserweise jetzt funktioniert, ich hatte nämlich vorher irgendwie totale FPS Einbrüche, dann hat Teamspeak rumgespackt, irgendwas ist heute dabei, das mir das Spielen verhindern will. Nimm ich schon. Wie eben schon besprochen, ich habe ja vorhin GTA aufgenommen und da hat mein PC sogar bei GTA rumgespackt, obwohl es auf der Playstation ist. Krass. Ey das ist zum Kotzen, ich habe jetzt bei mir mal die Shader ein bisschen runtergestellt, damit das hier ein bisschen flüssiger bei mir läuft. Ja. Was eigentlich schade ist. Ja eigentlich schon dann. Wir haben ein bisschen Grafik verloren. Alter, das ruckelt schon wieder bei mir. Was? Ja bei mir. Warte mal. Ich kann nicht mehr so. Jetzt bin ich auf 30 FPS, wenn ich gegen die Wand gucke 60 FPS. 30, 60, 30, 60, 30, 60. Alter. Was machst denn du hier? Ähm. Neue Station. Eine neue Station. Eine Station. Eine Station. Ahja wir haben nur bis da, wir haben nur da vorne ein bisschen gebaut, so Brücke. Und dann hab ich gedacht komm ich mach noch hier eine Station, dann müssen die nicht alle bis zur Brücke laufen, ey. Vorne. Dann können sie auch hierher. Dann können sie losfahren alle. Das ist nicht schlecht. Das hat was. Aber ist das schon komplett durchgetunnelt oder wie? Das ist schon komplett durchgetunnelt. Ich muss nur noch so Antriebsschienen legen. Ähm. Normale Schienen hab ich noch ein paar bei. Die hatte ich letztens in der Höhle gesammelt. Wie viel willst du die haben? Ähm. Ja. Kannst du mir geben. Warte ich geb sie dir oben. Weil ich war nämlich, da hast du ja gesehen im Stück im Video, dass ich da unten drinnen nochmal war. Genau. Und da hab ich einiges bisschen eingesammelt. Ich muss sowieso nochmal nach einer Schmelze und sowas gucken. Weil ich schmeiß die mal hin. Es sind 50 Stück glaub ich die ich eingesammelt hab. Und ich wollte mal, aha, ich wollte da ganz kurz noch gucken, ob das mit meinem Ofen hier alles geklappt hat. Hm. Die, 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 die. Wie lange bist du schon online? Äh. Ich weiß nicht. Zwei, drei Stunden jetzt schon wieder. Keine Ahnung. Hm. So, jetzt hab ich die anderen Materialien. Und da oben. Die, 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 die. So. Zack, zack. Ich hätte was geiles, wo du dir mal unbedingt reinziehen musst, ey. Unbedingt, glaube ich. Das wäre? Das wäre? Du musst unbedingt bei einer Sunny vorbeischauen, ey. Ähm. Gut, hab ich heute einen Weg, haben wir gleich den folgenden Namen, ab zu Sunny. Ab zu Sunny. Äh, wo war das nochmal? Das, äh, war da hinten. Wir können auch da hinfahren, ey. Brauchen wir nicht zu laufen. Das wäre eine Idee. Hast du erst eine Lore oder so? Ähm, ja. Mit. What? Ich muss mal kurz aufs Tablet gucken. Jo, genau. Das hab ich nachher kein Zeitgefühl drin. Du hast gestern so, ähm, Livestream gemacht von San Andreas, gell? Jo. Ja. Aber nur nicht lange. Ich wollte bloß mal ein paar Tests machen. Hm. Aber guck, wie es läuft und... Mein Internet war dann wieder so langsam, dass, äh, der Stream voll zusammengebrochen ist. Das war kacke. Ja. Ja. Also ich versuch's jetzt öfter mal zu streamen, aber selbst beim Kumpel und dann, ach, der WLAN-Problem, ich hab immer nur Probleme, ey. Das nervt alles. Ich hab nur eine Lore dabei. Uaaah. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du kannst immer die Röhren nicht verlaufen und mich mal auf hinten zu der anderen dann nennen. Da, 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 da. Aber wie mach ich denn das jetzt hier? Wie komm ich denn da hoch? Du kannst ja mit der ab schon mal fahren, ey. Ich warte vorne auf den Startpunkt. Oh, jetzt bin ich rausgefallen. Oh, schon wieder rausgefallen. Wie wird man mit dem Ding überhaupt schneller? Ja, du drückst einfach nach vorne. Achso, jetzt kommt ein Booster. Ja, gut, dann brauchst du auch nicht mehr zu drücken. Das fährt eigentlich von ganz alleine dann auch noch. Dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr zu drücken. Du bist ja am Laufen schneller. Oder ich bin einfach nur zu fett geworden. Durch das ganze Hähnchenfleisch, was ich mir mal reinpresse. Irgendwie schon. Ich glaube, du bist eher da als ich. Also ich bin schon da. Na. Also ist das nur was für lauffaule. Tschu. Und es regnet. Wunderbar. Püß, juhu. Das sieht aus, wie du die Dinge da drin sitzt. Wie sagt das auch witzig aus immer? Aber ich muss mal kurz kurz hier was essen. Alter, was geht denn bei Twitter gerade bei mir rund? Ich mache einen fetten Haufen, die Lohre. Irgendwie twittern mich gerade alle voll. Spielst du gerade? Na, ihr braucht doch bloß draufkommen. Brauche ich nicht. Nee. Wir spielen gerade nicht. Nein, ich spiele nicht. Ich tue nur so. Ich tue nur so. Ah, 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 ah. Das ist einfach den ganzen Zeit der Schiene. Dann kommen wir genau dahin, wo wir hinwollen. Wie viele waren heute online gewesen? Ich habe heute noch nicht in die Konsole reingeguckt. Ich glaube so vier Leute insgesamt oder so. Oder fünf vielleicht. Hm. Wir werden eindeutig weniger. Na, das ist gut. Kommt auf an. Vielleicht haben die Leute jetzt gerade so Zeit unter der Woche. Ja, in der Woche sowieso mal ein bisschen kacke. Da sollte man ja auch bei dem schönen Wetter ein bisschen draußen rumrennen. Nachricht an die Zuschauer. Nachricht an die Zuschauer. Draußen. Rausgehen. Frische Luft. Aber vielleicht ist dein PC nicht mehr. Ja, stellt den PC draußen auf. Nee, aber heute auch echt. Ich habe mich heute draußen in die Sonne geflätzt. Habe mir das Tablet auf den Schoß geknallt. Also auf Arbeit. Und habe da draußen ein bisschen gezockt, ey. Total geil. Alter, was geht denn da hinten? Was ist... Ist das eine Burg? Ja. Hat sie das heute gemacht? Nein, das hat sie schon ein bisschen länger gemacht. Und warum habe ich das noch nicht gesehen? Weil du nie da nach hinten gegangen bist. Ah. Und die hat den Turm heute fertig gebaut, den ersten da vorne. Ha. Die Sunny. Die Sunny. Wie süß, die coolste. Die macht mich schwach hier. Die macht uns alles schwach. Alter. Geil, gell? Ich finde es geil. Sunny, Auftrag an dich. Bau den Kölner Dom. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Geil. Wir treten eine Baustelle auf eigene Gefahr. Ja, eigene Gefahr. Da ist die Gefahr. Da. Da. Da ist die Gefahr. Das sind die Wächter. So. Ah. Guck mal hier. Das ist doch die Teppichtreppe. Die kenne ich doch irgendwo, ja? Ja. Ja. Sehr aufgeräumt hier, sehr aufgeräumt. Aber eine prima Aussicht. Ja. Wenn der Regen nicht gerade wäre. Muss man ganz nach oben gehen. Warte, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich habe wieder total die FPS-Anbrüche. Wo ist denn hier? Ach da. Keine Ahnung, mein PC mag mich heute echt nicht. Ja, eben schon. Ich müsste mir sowieso mal wieder komplett platt machen. Ich habe mir zwar einen neuen CPU geholt, einen stärkeren, aber irgendwie rafft er das immer noch nicht. Ja. Da ist der ganze Dreck weg, raus. Der ganze Dreck, einfach alles weg. Alles weg, platt, Mann. Liegt Wunder. Alter, wie... Sunny, schreib mal bitte in die Kommentare, wie lange du da dran gesessen hast. Also, ich meine, ich brauche ja für meine kleine Burg mindestens 20 Folgen. Und du klatscht mit einmal so eine Burg hin. Ja, das war schon geil. Ja, das fetzt. So. Was hat der denn noch alles gebaut? Ich glaube, der hat ja nicht nur die Burg. Ja, hier ist Frau Multitasking und sowas. Und das Dorf. Ja, das Dorf habe ich ja schon, glaube ich, ein bisschen gesehen, aber ich habe noch nicht alles angeguckt. Ich wollte heute eigentlich was machen, aber ich werde immer wieder aufgehalten. Ja, tut mir leid. Aber ich habe gedacht, ey, das muss jetzt mal gesehen werden, irgendwie und sowas. Oh, da war ein Andy gewesen. Hier liegen überall Pfeile rum. Da sind alle Skelette gestorben gerade. Ja, klar. Ich muss mir das mal ganz kurz mit einem anderen Shader pressen. Ich nehme mal den Soyuz Standard Shader. Kurz. Alter, das ist ja mal ein richtig geiler Shader. Gerade bei Regen jetzt. Aber das Problem ist, der frisst aber so viel. Und der blinkt, der blinkst du immer so schön. Zumindest ist dein Superdirt, das blinkt bei mir immer so schön. Bling, 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 bling. Und was du in deiner Hand hast, das ist irgendwie nur Pixelbrei. Also ich habe bei mir den Soyuz Shader immer die ganze Zeit normal, ey. Also bei mir ist alles normal. Ja, da siehst du ja in dem Video, wo das Problem bei mir ist. Ich weiß es auch nicht. Das ist... Das habe ich nicht. Ich glaube, bei mir ist alles normal mit dem Soyuz Shader irgendwie. Ich meine auch nicht. Tja. Nimm mal kurz was in die Hand. Ich will mal kurz den anderen Shader testen. Da habe ich das gleiche. Irgendwie glänzt das alles so stark, dass es alles so extrem einfach nur spiegelt. Okay. Hm, das ist echt merkwürdig. Das habe ich aber fast jedem. Außer hier. Hier geht's. Bald gehen wir eine Weile. Okay. Hier ist doch irgendwo ein Enderman. Ich höre den doch. Naja, der läuft da vorne. Der ist eben gerade da irgendwie so riesig. Um die Ecke irgendwo. Enderman. Post. Na komm, hier. Ich packe dir mal ein bisschen Post rein. Hier hast du ein paar Pfeile, ein Knöchelchen und ein paar Fäden. Mit den Fäden kannst du dir Wolle erstellen. Der muss du nicht die Arbekleid schicken. Er umbring. Er umbring. Er umbring. Schärm. Nicht umbring. Schärm. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Alter. Der Bauernhof gefällt mir. Ich glaube ich. Ich ziehe einfach hier ein und lasse meine Bude nicht verrotten. Das sind noch zwei Häuser frei, also. Hm. Oh, es wird wieder dunkel. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Huch. Falsch geschrieben. Muss. Wissen Regen wegmachen. Schönes Wetter. Ah, ne. Ist das wieder taggemerkt? Wie schönes Wetter? Das ist ein anderes. Genau. Tada. Sonne. Und da scheint die Sonne aufs Land. Ich habe gerade die richtige Musik im Hintergrund. Einfach mal ganz kurz stehen bleiben und genießen. Warte, ich bleibe einfach mal so stehen, wie du gerade bist. Was hast du? Nur so. Das Mööööööö. Du hast die Musik gar nicht. Ah, ist das schön hier. Komm, wir bleiben hier. Komm, wir ziehen jetzt einfach hier ein. Genau. Wir ziehen jetzt Dorfhaus und das an ihr alle. Hallo. Dorfhausi, komm. Jetzt belagern wir die Bude hier. So, Sunny, wo ist denn die... Hallo? Das ist unsere Wohnung jetzt. Mach dich raus, du Affe. Wer guckt? Guck mal. Was macht der eigentlich in den Geländer? Keine Ahnung. Geh mal rüber da. Geh mal rüber. Na, der Junge her. Ja, der Junge her. Guck den Affen mal. Guck den Typen mal ins Gesicht. Ne ganze Zeit, ohne zu lachen. Der hässlich, Alter. Alter, hier bist du ein Quadratschädel. Alle die Riesenohren an der Seite. Alter, das ist doch voll die Dumbo-Fresse. Ich glaub, der wird jetzt noch ein Zwerg werden, ne? Das ist ein Zwergseil. Guck mal, guck mal ein bisschen um. Sunny, wo ist denn hier das Klo? Ich muss mal was besudeln. Ach komm, hier ist noch ein Fenster offen. Erstmal aus dem Fenster gekackt, Junge. Ah, wenn hier drüben die Frauen wohnen, dann siehst du immer so zwei Köpfe hier vorne am Fenster. Aber kurz, ich muss, ähm, komm mal ein Stück weit runter. Stell dich mal genau neben mir und guck mal so aus dem Fenster. Ich muss mal ganz kurz hier was testen. Das sieht so schön dumm aus, gerade. Hä? Ging unter die Tür jetzt? Ich glaub schon. Ich glaub, der Dorfi ist geflüchtet, oder? Oh, der Dorfi ist geflüchtet. Er hat seinen Fehler eingesehen. Wir haben ihn doof gemacht, jetzt haut er ab. Und wann hat er denn jetzt hin? Keine Ahnung. Komm, wir gucken mal das andere Haus auch noch. Ich glaub, der Music Maker hat auch noch irgendwas geschrieben, dass er irgendwo noch was hat. Wisst du, wer der baut? Der hat nur noch den einen neuen Haus gebaut und die Statue hat angefangen zu bauen. Er hat irgendwas in die Kommentare geklatscht und da wusste ich jetzt auch nicht mehr, was was war. Also ich weiß nur, dass er sein einiges Haus angefangen hat, das andere noch, hä? Und dann eine Statue da hinten baut, da, wo er angefangen hat zu bauen. Und guck da auch an der Mund. Ah, Zombie! Oh! Jetzt hatte ich schon hier mitgewohner Zombies hier bei sich in der Bude. Echt mal, was lässt du denn hier hausen? Ja, Sunny. Zack dann. Boah, Alter, ich komm mich hier hoch, werd ich von dem Fenster hier blendet, hier. Ah, ja, hier wieder so ein, so ein Guckloch. Hallo! Ich geh mal, ich geh ins andere Guckloch. Ah, wieder so richtig, so richtig schön blöd war ich ja. Ich hab da was, weil ich würde das mal essen hier. Ey, das sieht bestimmt auch cool aus, wenn ich jetzt hier so am...